Hallo und herzlich willkommen zurück bei Signal. Es ist schön, dass ihr wieder mit reinschaut. So, wir haben jetzt einiges an Sachen hier schon da, gell? Ich werde jetzt aber trotzdem mal ein bisschen Platz schaffen, weil wir müssen den Ring noch aufsammeln, den wir gesehen haben. Und die Munition, diese Nitro Express, war das glaube ich, gell? Die packe ich jetzt auch mal weg. Ich habe zwar, auch bei der Pistolen-Munition war doch da auch noch gelegen irgendwo, ja? Tausche ich mal aus. Jetzt ist zwar gar nichts, aber... Lass uns doch mal gucken. Äh, nee, warte, da hoch. Nee, Quatsch. Ah, ihr kommt, ihr kommt, ihr kommt. Mal kurz gucken, was da für ein Schlüssel benötigt wird. Ein Schlüssel, ja. Das war hier drüben. So, jetzt können wir das Zeug mal einsammeln hier. Ja, Nitro Express Munition, Zuhstück. Ehering. Vielleicht können wir den ja opfern. Beziehungsweise... Äh, beziehungsweise... Ah, doch, warte mal. Oder? Ja doch, lass uns mal den Ring opfern. Bestimmt, lass uns mal den Ring opfern. Was war noch irgendwo? Äh, Munition, aber ich hab vergessen, wo die Pistolen-Munition gewesen ist. Hier brauchen wir... ... an der anderen Seite, okay. Upsi. Ah, halt, 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 halt. Seid ihr denn wahnsinnig, Leute? Kann ich den Ring opfern? Nee. Aber habt ihr das gesehen, was in dem Raum war? Boah, das wird immer schwieriger. Das ist wohl wahr. Aber im Speicherung war auch noch ein Weg, ne? Wo hab ich die Pistolen-Munnie... ...liegen lassen? Ach, das war... ...und hier war dieser lange Gang, ne? Wo wir noch gar nicht geschaut haben. Ach, komm. ...liegt hier? Hier. Jawohl. Hat sie es gleich nachgeladen? Natürlich nicht. Ah! Nochmal so ein Zettel. Die Hand der Königin. Erleben ihr sie... ...nahm Tag, letzter Amm? Heirat ihren Wartag. Dritten Amm? Nichts geschah. Tag... ...zweiten Amm. ...gekrönt. Siefwort... ...Tag... ...Ersten Amm... ...Königin. Auch. ...Königin. Auch. émie... ... ... ... Wähle ein Gegenstand aus, um ihn zu benutzen. Müssen da mehrere drauf. Was ist das jetzt? Achso, das waren die zwei. Ah, da kommt bestimmt noch die die Holzpuppe drauf. Ah, da glibbert sie überall. Gleich mal speichern. Nach fünf Minuten. So, Fortschritt ist gespeichert. So, warte mal. Ich will noch die Munition hier loswerden. Ach, hier lag noch was. Das war keine Munition. Das war dieses Zeug, okay. Okay. Boah, das seht jetzt schon echt stark an Silent Hill. Ja, bleibt ja nur noch dieser Raum hier, gell? Boah, das ist jetzt ein Durchrennen. Wir probieren es einfach mal, um das Zeug einzusammeln. Ah, alter, 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 alter. Wahnsinn. Autsch. Oh, Matroschka-Figur. Boah, da liegt noch was. Ach, nö. Signal. Autsch, 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 Autsch. Warte. Boah, was ist denn hier los? Wollt ihr mich rollen? Da lag irgendwas. Scheiße, tot. Ach, du, oh. Ja, guck an. Ach, du, oh. Was kommt denn da noch auf uns zu? Ja, das ist ja Berserker-mäßig krass. Da habe ich drei. Nehme ich mal mit. Nehme ich auch mal mit. Was war jetzt hier, gell? Äh, ausrüsten. Oh, fuck, 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 fuck. Guck, 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 guck. Guck. Nochmal kurz raus. Alter, Winne. Benutzen. Das hat gar nichts gebracht. Wow. Autsch. Ach so. Da sterbe ich, das kriege ich gar nicht in. Und raus da. Oh. Oh, ich wünsche wieder Warnung. Habe ich was dabei? Ne. Eine Leuchtsignalung. Wir haben ja einen Ring. Ja, Wahnsinn. Dann packen wir mal weg. Packen wir mal weg. Wir wollen die Matroschka hoch. Ja. Ja. Ist die fertig? Fertig? So sieht's aus. Hahaha. Hm. Stolkmoni ist rot. Gleich wieder kombinieren. So. Menge 3 habe ich jetzt. Die werde ich gleich mal nutzen. Die packe ich mal wieder zurück. Den Ring setzen wir gleich ein. Ah ja, die kann man noch vervollständigen. Ganz kurz den Ring runter. Hm. Sieben Patronen. Das ist echt mau. Sowas von mau. So, das ist dann wieder blau. Weichern. Boah, ich muss jetzt alle 5 Minuten quasi mal speichern, ne? Machen wir das einfach mal Step by Step. Autsch. Hier steht aber auch so ungünstig, ne? Schlangen Ring. Anscheinend fehlen noch 2 Ringe, kann das sein? Sieht so aus. So, jetzt müssen wir es mal rein, theoretisch nochmal hier rein. Und dann gleich. Darüber. Hier war man noch nicht, oder? Ah, kacke. Boah, das ist schwierig. Ach, Quatsch. Wir brauchen... Dafür brauchen wir hier die... Die Steintafel, okay? Tür entriegelt. Wir sind noch blau. Sind wir jetzt da rausgekommen? Ja. Quatsch, das ist einfach nicht verlaufen. Mal hier runter. Können wir das Problem ja schon einsetzen. Ah, hallo. Hallo. Und nochmal speichern. Hahaha. So. Das war hier, gell? Nein, doch da oben. Jetzt müssen wir noch so viele Tafeln finden. So, jetzt passt er auf. Ich hoffe... 205. 203. Hört zu lang gebraucht. Ich habe keine Waffe mehr dabei. Marzifix. Mal raus. Ah, das Radio, ne? Mach mal kurz aus hier. Jetzt muss ich mir doch die Schrotflinte holen. Das wird immer knackiger. Das ist der Wahnsinn. Hallo. Hallo. Heilungstechnik. Heilungstechnik schaut es halt echt schlecht aus, gell? Weil dieses Geklibber um Fleisch... 151. Oh, das ist ätzend. Apparatur spray plus. Was ist mit dem hier? Oh, sehr gut. Banatpatronen. Räucherstäbchen nehmen. Inventar ist... Voll. Ist nicht mehr. Oh. Alinas Tagebuch 4. Wie lange bin ich nun schon hier unten? Wie bin ich hierher gekommen? Wo ist dieser Ort? Und warum bin ich hier? Meine Erinnerungen fühlen sich so verschwommen an, als ob ich schon immer hier gewesen wäre. In Ewigkeit. Selbst meine Haare werden langsam weiß. Ich erinnere mich an meinen Namen. Und ich erinnere mich an mein Leben. Aber ich erinnere mich auch an... Einen anderen Namen. Einen anderen Leben. Und es fühlt sich an, als ob die Grenze zwischen ihr und mir mehr und mehr verschwimmt. Je länger ich hier bin. Alina. Sieht nur so verdächtig aus, weil es so hervorsticht. Aber jetzt haben wir ein Räucherstäbchen. Da gehe ich nicht mehr rein. Die sind ja verrückt. Obwohl, ich müsste nochmal gucken. Ob eventuell hier unten noch ein Tor... Hallo! Und tschüss, ich gehe wieder. Ha, 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 ha! Die sind doch nicht ganz sauber. So. So. Da fehlt nur einiges. Aber ich glaube, jetzt können wir die Opfergabe mit dem Räucherstäbchen vielleicht machen. Das ist ja etwas, was da noch fehlt. So, warte. Habe ich nichts für? Ähm. Ein dünner, langer Bambusstab, bedeckt mit einer Schicht aromatischer Paste. Zur Benutzung in religiösen Ritualen. Die Glut an der Spitze verbreitet duftenden Rauch. Das ist die Opfergabe. Das müssen wir nutzen. Nehme ich mal mit. Dann nutze ich das gleich und ich will... Ja, brauche ich die denn? Ach, guck an! 26,5 mm Granatwerferpatronen. Zum Abfeuern mit einer Leuchtpistole. Explobieren beim Einschlag. Die hebe ich mir auf. Die kann ich jetzt noch nicht nutzen. So, die Matroschka nehme ich nur mit. Und wir sind blau. Und ich speichere. Boah, das ist so gut. Mir gefällt es brutal gut. Und seit langem auch nicht mehr so ein neueres Spiel gespielt, was so schön war. Was mich besonders freut, dass es aus Deutschland ist, ohne Witz. 22,193 Messe 23,192 MDR 22,203 MDR 25,25 Ach, Quatsch. Tafel der Liebe. Ah, herrlich. Sonst passiert nix, oder? Die sind aber auch gewalttätig hier immer. 6-A-K-Vertiefung. Tafel der Liebe, okay. Da kommt das rein. Das sind die Planetenzeichen, schau mal. Die wir in dem einen Rätsel hatten. Ähm, ja, ich hab keine Karte. Das ist ein bisschen störend. Ich arbeite gern mit Karten. Was müssen wir jetzt noch machen? Die Matroschka-Figur auf die Hand von der Königin setzen. Das war beim Speicherraum. Schade, hätte ja klappen können. Nee, wir brauchen noch mehr Ringe. Die Matroschka-Figur auf die Hand von der Königin. Schade, 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 schade. Was müssen wir jetzt noch machen? So, ich geh jetzt nochmal rein. Ach, Ziffix, Alter. Ja, ist ja gut. Und schon wieder gelb. Ist doch zum Mäuse melken. Diese Grattler. So, hier haben wir jetzt das. Hier seid ihr. Sonst hab ich da nix mehr, ja? Ich schau nochmal, vielleicht hab ich was übersehen. Das Schloss ist kaputt. Aber hier liegt doch noch was. Das ist doch sowas von auffällig. Die Lampe. Eine altmodische Lampe steht auf dem Tisch. Hm. Ich geh doch nochmal hier rein zu den anderen. Oh, ich lauf genau in eure Arme, gell? Autsch. Da ist nix. Da ist nix weiter. Oh, ich sterbe. Da ist aber auch keine weitere Tür, ne? Eben kritisch. Ich lass mich töten. Wir haben ja gespeichert. Ist nicht so schlimm. Aber haben wir hier erstmal Folgenende. Und ich bedanke mich bei euch. Recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bei Signalis. Aber macht's gut. Wir sehen uns gleich. Bis nach.